Hey! Yo, hey YouTube! Nein, doch! Da bin ich wieder mit noch einem Update und zwar in dem Koffer hier geht es zwar eine Menge rein. Na, wie man hier sieht, da ist es randvoll bis oben hin. Na, aber, wie gesagt, da der Reflektor ist kein richtiger Reflektor, sondern das ist einfach nur hier hinten so eine Silberne Folie und dann ist hier so reflektormäßig. Mehr ist das nicht. Ist auch hier schon da, obwohl ich nichts gemacht habe, ein kleiner Kratzer entstanden. Ich habe wirklich nichts gemacht oder so, gar nichts. Und wenn es richtig warm ist und so, dann löst sich das hier auch, dieser Aufkleber. Ne, da löst sich ab. Bisschen doof. Und ja, ich dachte da an, also es wird kein Givi Top Case, weil die sind beliebt, sag ich mal, und die sind schnell ausverkauft. Und von daher wird es, ähm, ja, also das Top Case wird es eventuell, ne, wenn ich, ne, wenn ich genug Geld habe. Das Top Case wird es. Ich binde euch das mal ein. Was Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habt ihr es auch gesehen, ich finde der Carbon Look, der passt viel besser zu meinem Roller finde ich, weil der hat auch hier vorne, da Carbon Look, die Spiegel sind auch noch Carbon, die Spiegel will ich aber auch noch umhören, ich habe es nochmal versucht hier irgendwie so einzustellen, aber bringt nichts, im Prinzip will ich ja nur, dass das hier, dass der Spiegel nicht da ist, sondern vielleicht ein bisschen weiter rausguckt, Ja, aber da habe ich auch schon andere Spiegel gefunden, auch im gleichen Design wie das Top Case, was ich mir holen will, Ja, ich denke, das Top Case hole ich mir erst und dann sind wir weiter, von der Größe her ist das genauso groß wie das hier, also eventuell so ein bisschen kleiner, hat 46 Liter und das hier hat fast 50 Liter, Ja, aber das will ja mein Kumpel haben, für sein Fahrrad, ob das aussieht ey, ich weiß ja nicht ey, Das war das kurze Update dazu und jetzt, weil ich ja den Motorsound so gerne höre, noch ein kurzer Soundcheck, Geil, da strahlt er mich an ey, so geil, hammergeil, ja auch hier von hinten ey, so geil, Der Sound ey, der Sound ey, der Sound ey, ist dann richtig klein, so muss das sein, richtig cool ey, so geil, Boah, das war schon Höchstdrehzeit, ne, so geil, jo, alles klar, dann, alles klar, dann, würde ich sagen, dann, Bis zum nächsten Video, dann auch auf jeden Fall mit meinem neuen, ja, Top Case, ne, jo, alles klar, dann, bis zum nächsten Video, ciao, Bis zum nächsten Video!